Ach, warte, Gegengift. So. Ich habe keine Ahnung, was diese grüne Anzeige da links bedeutet, die jetzt so langsam runter geht. Aber ich gucke mich jetzt erstmal in Ruhe hier um. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich hier gerade reingekommen bin. Da ist noch Ammo. Oh, schönes Licht. Das Haus hier gefällt mir nicht ganz so gut diesmal. Es ist gesperrt, okay. Ich schaue mich jetzt erstmal nochmal unten um, weil ich bin ja vor Schreck der Monster gleich nach oben gerannt. Huch, komm mal runter hier, mein guter William. So, wieder ein schönes Bild. Ein bisschen Kunst muss auch mal sein. Ach, schön. Schneebedeckte Kirche. Finde ich super. So eine Kasse. Das war eine Bar. Ach nee, ein Hotel war das. Alles klar. Oh je. Ein Schlüssel für Raum Nummer 302. Und ein Foto dazu. Aber man kann leider nichts erkennen, weil die Taschenlampe das Bild nicht anschaut. Das könnte unsere Frau sein, oder? Ich finde das gerade ohne Taschenlampe irgendwie besser. Das ist Zimmer 101. Also wir müssen auf alle Fälle in den dritten Stock. Erste Hilfe, Kasten. Uhu. Ach, schön. Also ich finde das Spiel ist nicht schwer. Es ist aber auch nicht zu leicht. Mit den Rätseln, das gefällt mir sehr gut. Und es gefällt mir sehr gut, dass die in dem Bereich, wo wir da in diesem, ja, so dieses Metall, wie so eine Schmiede war, das ja ähnlich, aufgebaut waren. Aber, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir das sehr gut gefallen mit den Geistern, vor denen man weglaufen musste. Ansonsten ist man eben in so einen, wie so einen Dungeonraum gekommen und hat dann da gegen vier Gegner kämpfen müssen. Fand ich war nicht, nicht eine schlechte Idee. Habe ich so selber in dem Spiel, was ich bisher gespielt habe, noch nicht gehabt. 301, dann ist das 302. 302. Oh, der lebt doch noch. Nicht? Ah, hier sieht man mal, dass die diese Stöcke wieder drin haben. Der zubbelt aber noch, den sein Herz rast aber. Hier ist auch noch so ein Viech. Was? Ach ne, Tür möchten wir jetzt noch nicht öffnen. Wir haben ja hier noch... Alter, was ging da? Was hat denn die Frau hier drin gemacht in dem Zimmer? William, ich will dich sehen, aber sie machen es uns schwer. Unser Versteck ist westig von hier. Du erinnerst dich? Ich habe eine Überraschung für dich. Komm dorthin. Unser Code ist jetzt 228. Du musst dich beeilen, Elisabeth. 228, alles klar. Dann ist es die Bude, in der wir vor uns nicht reingekommen sind. Dann können wir hier wieder rausgehen. Ich bin gerade froh, dass mich diese Gegner hier nicht angreifen. Denn gerade diese kleinen Zwetschgenköpfe da mit dem piekseligen Nadelhänden da, die finde ich voll eklig. So, laufen wir mal einen Schritt schneller. Dann können wir nämlich hier raus. Hier kommen wir nicht lang. Wir müssen hier unten rein. Okay, Gegner, 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 ich hab's geahnt. Was ist denn das jetzt für ein Fiedert hinter mir? Was lacht denn da so Blöde? Was bist du denn? Oh, nee, nicht diese blöden Masken. Lauf, renn, lauf, was auch immer, mach irgendwas. Die haben das letzte Mal aber geschrien, ne? Alter, bleib doch mal hier, Gottverdammt. Ich komm mit meinen Fingern und ich kann es nicht so rein. Alter, ich krieg die nicht, ey. Das sind diese Lachclownsköpfe da. Es wurde ja Zeit. Gottverdammt, stirb! Von wo sind wir jetzt reingekommen? Von hier. Okay, jetzt kann ich mich erstmal wieder nur umgucken. Ich mag diese Clownstypen nicht. Das waren, glaub ich, diese Clownsmaskentypen. Da bin ich im ersten Jahr auch verzweifelt. Oh, ein schönes Haus. Schau dir das mal an. Hübsch. So. Wo sind wir denn jetzt hingekommen? Lauf, lauf, lauf. Ich glaube, hier kommt wieder so ein Vieh hier. Alter, was ist denn das? Nee, aber kein Boss, oder? Boah, meine Schlüssel ist ein Schloss. Ich hab keinen Schlüssel. Ich muss wieder zurück. Okay. Das ist bestimmt ein Endgegner. Erstmal so ein Boss. Hier hängt was. Geh nach Süden. Geh nach Süden. Finde Amanda. Bring sie zu mir. Okay. Das wäre dann in Richtung des Hauses da gewesen. Jetzt müssen wir aber doch nochmal zurück. Ach, Alter. Spring doch mal richtig. So, jetzt muss ich in das andere Haus gehen. Dort finde ich bestimmt den Schlüssel und dann kann ich hier wieder hin zurück. Aber sehr schön finde ich auch, dass sie die Türgeräusche wieder übernommen haben. Ja, komm her. Nee, wir müssen jetzt hier wirklich wieder lang. Kommt doch das doofe Vieh gleich wieder. Oder auch nicht. Okay. Ich weiß den Code nicht mehr. 228? Danke. Oh, ich hör doch schon wieder was, ey. Nee, doch nicht. Das war draußen. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Tür hin? Na, komm zu Mama. Okay, also mit dem Hammer geht's auch. Der war noch gar nicht an meinem Fuß und da zieht es mir schon Energie ab. Ist schon ein bisschen fies, oder? Hier ist nichts. Oh, bitte nicht hier oben wieder was, aber ich glaube, dann wäre das schon gekommen. Hier ist nichts. Und hier kommt man anscheinend nicht durch. Nein. Ach, das sehe ich sehr gern. Gesundheit ist immer sehr gern bei mir gesehen. Wie viel haben wir denn jetzt? Drei. Und ein Erste- und ein Erste-Hilfe-Paket haben wir noch, ja. Ich nehme jetzt aber mal noch nichts. Oh, hier wieder ein schönes Bild. Bestimmt ein Van Gogh. Der übrigens mein Lieblingszeichen an Kunst war, weil ich seine Lebensgeschichte sehr lustig fand. Vor allem die, an der er sich das Ohr selber abgeschnitten hatte. Nur mal so nebenbei erwähnt. Jetzt nochmal Munition. Eine Toilette, in der wirklich jemand daneben gekotzt hat. Was ist das dort? Ach, eine Blume. Oh Gott, ich dachte, was ist denn das jetzt für eine Zauberwürde? Ich habe zu viel World of Warcraft gespielt. Da sieht nämlich meine Angriffskraft lila aus. Deswegen dachte ich dann, oh Gott, was ist das denn jetzt? Okay, es war also ein Baby, die Amanda. Wir kennen sie aus dem ersten Teil noch. Als Baby. Dort hängt auch der Schlüssel. Und da ist ein Foto. Das sieht aus, als wäre unser Skelett da drauf. Sie war zuerst hier. Sie haben Amanda mitgenommen. Ich gehe zur Kirche. Nimm den Schlüssel. Triff mich dort. Sie werden kommen. Es wird ein Ende finden. Wer ist denn hier mal in dem Haus? Okay, dann auf zurück zu dem Schlüssel. Wow. Stopp, wo war die Tür? Hier. Ich muss wieder in die andere Richtung. Ich will jetzt nicht kämpfen schon wieder. Ich weiß auch nicht, was gerade hinter mir her ist. Ach, guck da. So ein Vieh. So, jetzt schnell wieder hier lang, bevor dieses blöde Eisvieh kommt. Das ist nämlich schon hier. Hui. Und rein. Alles ein bisschen schneller machen hier. Oh, habe ich hier was übersehen? War ich hier in dem Haus noch gar nicht drin? Musste ich hier überhaupt lang? Ja, war ich doch noch gar nicht, oder? Hier mussten wir raus. Hier lang war es, genau. So, hier lang. Dann hier lang. Denn da unten. Ging es da unten rein? Oh, ich glaube, da unten mussten wir rein jetzt, genau. Weil da oben war ja nur das Haus und wir mussten hier unten wieder lang. So, dann hier lang. Und dann hier lang. So. Hier konnten wir, glaube ich, trotzdem nicht rein. Nee, es war auf dem Zettel. Ich gehe nach Süden, bringe Männer zu mir. Okay. Eigentlich will ich jetzt nicht so. Mir macht das gerade Spaß, hier gerade durch die Gegend zu laufen. Ich habe jetzt eigentlich gerade keine Lust, irgendwie auf den Endgegner oder so. Okay. Ich würde gerne irgendwie mal speichern. Okay. Oh, danke. Das ist auch immer eine Lösung für mich. Was haben wir hier noch? Es ist eine lose Seite. Ihre grässliche Skelettform und transluzente Haut kann nicht die, die junge männliche Opfer, die sie wünscht, locken. Berichte behaupten, der, die Hexe kann in ihre frühere Schönheit verwandeln, um ihre Beute anzulocken. Es ist ihr Herz, das sie wirklich begehrt. Ich glaube, wir kommen hier runter dann jetzt zur Wendigo-Hexe. Die wird wahrscheinlich unser erster Gegner sein. Aber bevor wir da hingehen, brauche ich jetzt eine Pause. Auch wenn es gerade richtig Gaudi macht. Aber ich werde mich dann gleich wieder ransetzen und weiterspielen, weil ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Ich finde es sehr gelungen, das Spiel. Es wäre vermutlich auch auf einem Nintendo DS sehr schön gewesen. Aber ich finde, die haben uns einen Gefallen damit getan, dass die das in HD gemacht haben, finde ich. Auch wenn es natürlich nicht mit der Grafik von heutzutage mithalten kann. Aber es macht Spaß und es ist ein sehr schönes Spiel. Ja, genug gequasselt. Ich mache jetzt gerade nochmal hier... Und bin dann erst mal weg. Bis dahin. Tschüss.